Grüß Gott, mein Liebesitz, Bahnhof. Ja, grüß Gott. Auch Sie wollen kommen. Das Museum ist natürlich immer offen für Sie. Es freut mich, wenn Sie kommen. Ich werde euch natürlich mit einem Stamperlein und einem Dampfstamperlein, mit einem sogenannten. Es freut mich sehr, wenn Sie vorbeischaut. Danke für den netten Anruf. Auf Wiederhören.